Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier das iPhone 12 Pro Max liegen, nicht das iPhone 13. Und in diesem Video geht es einmal um ein besonderes Case, und zwar das von RhinoShield. Und zwar das Mod NX, oder Mod NX, wie auch immer ihr es haben wollt. Ich habe mir dazu mal hier alles bestellt, was es so gibt. Knöpfe, denn diese Backplates, ne Backplates sind schon hier drin. Das sind die Rims, das ist so ein Rahmen, der das ganze Case im Endeffekt zum Hardcase macht. Und hier drin ist dann das Case, da habe ich schon diese Backplates dran gemacht. Normalerweise gibt es nämlich nur diesen Rahmen hier, ich zeige euch das mal eben schnell. Das kann man hier einfach so rausnehmen. Und so schaut das Ganze dann aus. Ja, ich habe mir dieses Design hier ausgewählt, weil ich fand das eigentlich richtig cool. Das hat irgendwie so einen Surfer-Style, oder ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich fand es auf jeden Fall richtig nice. Ja, in diesem Test teste ich das alles. Ich habe hier ein bisschen was bestellt für euch. Ich fand das nämlich eigentlich ganz cool. In diesem Test werde ich auch eingehen auf die Vor- und Nachteile von diesem Case. Was ich so finden konnte, Schutzwirkung und was das Besondere daran ist. Natürlich gehe ich auch auf den Preis hier drauf ein. So, falls ihr irgendwas davon kaufen wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link zum RhinoShield gesetzt. Falls ihr die Adresse nicht kennt, einfach da draufklicken, dann landet ihr da. Dann könnt ihr euch das individuell für euer Smartphone zusammenstellen. So, viel Spaß mit dem Video. So, alles zusammen hat mich das ungefähr 45 Euro gekostet. RhinoShield ist auch nicht günstig. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber ich dachte, wir starten jetzt einfach mal direkt mit den Vorteilen. Und zwar fangen wir an mit diesen Schutzvorteilen, weil ich bin ja der Case-Tester. Und es geht ja natürlich hier auch um Schutz und nicht nur um Design. So, ich habe das Ganze hier eingeklickt. Packen wir das Smartphone mal rein und dann kommen wir zu den Vorteilen, die wir hier haben. So schaut das Ganze denn überhaupt aus. So, der erste Vorteil ist, wir haben hier ein Hardcase durch dieses Backplate. Das Ganze hier drumherum, habt ihr gerade gesehen, das ist so ein hartes Gummi. Sobald man aber dieses Backplate da reinschiebt, wird das Ganze zum Hardcase. Plus dieses harte Gummi ist das natürlich ein super Schutz, falls euch das Ganze mal runterfallen sollte. Denn das hier absorbiert den Schlag richtig gut. Und ja, mehr braucht man hier eigentlich auch nicht. Zusätzlich haben wir hier einen Display-Schutz. Ihr seht, diese Kanten hier, die gehen schön über das Display rüber. Das heißt, wenn man das Ganze mal so feilen lässt oder auch ablegt auf den Tisch, geht das Ganze nicht kaputt. Ich habe übrigens hier noch ein Panzerglas drauf und zwar ein großes und das stießt richtig gut ab. Ihr seht eigentlich gar nicht mehr, dass da überhaupt ein Panzerglas drauf ist. Nächster Vorteil, ihr habt auch hier einen Kameraschutz. Der ist zwar nur minimal, aber trotzdem steht die Hülle über die Kameralinse rüber. Das heißt, auch wenn ihr das so hinlegt, liegt die Kameralinse nicht auf und kann zerkratzen, weil hier zum Beispiel irgendwie ein Sandkorn oder Schmutz oder kleine Steinchen oder sowas drauf rumfliegen. Der nächste Vorteil, der Allgemeinschutz, der ist hier natürlich richtig gut, wie ich euch gerade schon gesagt habe. Die Kamera ist geschützt, das Display ist geschützt und auch der Rahmen und der Fallschutz ist gegeben. Also hier braucht man sich keine Sorgen machen, wenn das Ganze mal runterfällt, dass das iPhone direkt kaputt ist. Ja, das waren die Vorteile zum Schutz. Kommen wir mal zum Allgemeinpaket hier. Und das ist auf jeden Fall das austauschbare Design. Ich blende euch hier mal einen kleinen Ausschnitt ein von der RhinoShield Website, was es da so alles gibt. Ihr könnt da auch selbst eure Designs machen, irgendwas selbst draufschreiben, irgendeine Nummer oder sonstiges. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache, weil irgendwann, gerade bei solchen Designs hier, das hat man zwei, drei Wochen drauf und dann geht einem das Design ein bisschen schon auf den Sack. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und dann will man es natürlich tauschen und so hat man natürlich immer die Möglichkeit, hier dieses Backplate auszutauschen. Wir haben hier die Knöpfe, die man austauschen kann. Da habe ich mir auch welche bestellt. Hier sind jetzt diese olivgrünen Knöpfe drin. Die kann man hier einfach rausholen. Und dann kann man diese Dinger hier, ich weiß nicht, komme ich da jetzt so ran? Nee, ich muss das ganze Ding immer abmachen. Dann zeige ich euch das mal, wie das überhaupt funktioniert. Dann schmeißen wir das Handy mal hier hin. So, wenn wir zum Beispiel die Knöpfe rausholen, dann drücken wir die einfach hier rein und da haben wir sie auch schon. Dann können wir zum Beispiel hier so einen anderen Knopf nehmen, jetzt im grünen, in der gleichen Farbe wie dieser Rahmen. Den drücken wir dann hier einfach wieder rein und dann sitzt das Ganze auch schon. Also ihr könnt sozusagen auch hier einen roten Knopf und da einen orangenen Knopf nehmen. Gibt es auf jeden Fall jede Menge Auswahl da. Dann können wir noch dieses Backplate hier rausnehmen. Und dafür können wir dann zum Beispiel einfach solche Rahmen verwenden. Ich habe hier den einmal in grün, der war ja schon mit beiden. Dann habe ich mir noch einen in weiß bestellt, weil ich eigentlich dieses Olivgrün mit weiß ziemlich cool finde. So, dann können wir das Ganze nämlich hier unten, jetzt muss ich selbst mal eben schauen, wie rum das war. Ich orientiere mich mal hier dran. Das müsste eigentlich so rum sein. Oder so rum. Dann klickt man das Ganze hier nämlich einfach wieder rein. Ist ein bisschen fummelig, aber geht eigentlich. Und genau durch diesen Rahmen wird der ganze Rahmen dann nochmal verstärkt, falls dann das Ganze runterfallen sollte. So, jetzt ist er drin. Jetzt können wir zum Beispiel das iPhone hier wieder reinstecken. Ein bisschen vorsichtig sein, damit der Rahmen nicht hinten direkt wieder rausspringt. Was er bei mir schon gerade getan hat, aber er müsste jetzt eigentlich auch direkt wieder reinflutschen hier. Na komm. So, jetzt ist er drin und dann würde es zum Beispiel so aussehen. Sieht auch cool aus. Allerdings finde ich das blöd, wenn man denn hier so eine dicke Kante drin hat und die Rückseite halt überhaupt nicht geschützt ist. Aber cool aussehen tut es auf jeden Fall. Ja, der nächste Vorteil, wie gesagt, alles ist individualisierbar. Ihr könnt eure eigenen Designs hier hinten drauf drucken lassen. Also wirklich, hier habt ihr jedes Mal eine neue Hülle, obwohl ihr eigentlich die alten Teile nur kombiniert. Ja, das waren die Vorteile an dieser Hülle. Natürlich habe ich auch Nachteile gefunden. Und das ist der erste, wir haben hier keinen Innenschutz. Also ich habe auf jeden Fall nicht bei denen auf der Website gesehen, dass man das hier kriegt zum Beispiel mit Mikrofaser drin, wie man das zum Beispiel von den originalen Apple-Hüllen kennt. Das finde ich ein bisschen schade, weil wenn man das Ganze drauf hat und man kommt hier wirklich mal so ein Sandkorn oder sowas zwischen, dann kann einem das halt die Rückseite zerkratzen. Das ist natürlich nicht so schön. Der zweite Nachteil ist selbstverständlich der Preis. Also wenn ihr nur das mit dem Rahmen haben wollt und jetzt keine Knöpfe oder sowas extra dazu, dann seid ihr bei mindestens 30 Euro. Also günstig ist das Ganze nicht, wenn man gerade noch davon ausgeht, dass man noch viel mehr davon eigentlich kaufen will, um zu tauschen, um diesen Vorteil eigentlich zu haben. Da muss man sich diese ganzen Einzelteile extra bezahlen. Und dann ist man am Schluss schnell mal bei 70, 80, 90, 100 Euro. Also es ist schon eine Menge für ein Case. Ja, der letzte Nachteil. Das Ganze ist für mich, ihr kennt mich, für mich ist das zu dick. Das iPhone, das ist so schön schmal von den Rändern. Das liegt perfekt so in der Hand und man hat hier wirklich so ein richtig cooles Gefühl mit dem iPhone 12. Mit diesem dicken Rahmen ist es leider weg. Also da muss natürlich jeder selber schauen. Manche sagen, ach, mir piep, egal wie sich das anfühlt. Ich will eine dicke Hülle, weil das Ding kostet 1000 Euro. Wenn es runterfällt, will ich es perfekt geschützt haben. Das müsst ihr natürlich wirklich am Schluss selber entscheiden. Mein Ding ist es allerdings nicht mit diesen dicken Kanten hier. Ja, das war es eigentlich auch schon gewesen mit dem kleinen Test. Für wen ist denn so eine Hülle überhaupt das Richtige? Also wer dicken Schutz möchte und öfters mal das Design wechseln möchte, ohne gleich irgendwie eine neue Hülle zu kaufen, der sollte sich diese Produkte auf jeden Fall mal genauer anschauen. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache und so habe ich jetzt auch noch nicht wirklich Konkurrenz da gesehen. Allerdings solltet ihr bedenken, wenn ihr die Sachen direkt bei RhinoShield auf der Website bestellt, kommen die aus Frankreich. Das dauert ein bisschen mit dem Versand. Also morgen ist das denn nicht da, wenn ihr das nicht über Amazon bestellt. Und ich glaube, über Amazon kann man diese Dinger jetzt auch so auch direkt nicht bestellen. Also individualisiert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was Neues gesehen. Hoffe ich doch, wenn ihr das nicht vielleicht sogar schon zu Hause liegen habt. Falls ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, wie gesagt, bald kommen die iPhone 13 Hüllenvideos, Panzerglasvideos, die besten transparenten Cases, meine besten Kombos, die besten Lederhüllen. Also ich habe da richtig was schon geplant. Deshalb Abonnent werden, Daumen hoch, da lassen. Wird mich riesig freuen und wie immer bis zum nächsten Video.